Hallo und herzlich Willkommen zur 12. Folge von Project Guns Db4. Willkommen zurück bei Project Guns Db4. Ich habe heute mal ein bisschen vorbereitet, dass wir das machen. Heute kommen hoffentlich zu was. Und zwar habe ich vorbereitet Slice & Spice. Ich habe ein bisschen Solarium gemacht, was ja nicht wäre, Gold & Soul Sand. Ich habe das mal alles vorbereitet, habe auch Köpfe gefarmt. Hier sind noch ein paar. Da haben wir dann noch ein bisschen was zur Auswahl. So, machen wir erstmal Slice & Spice. Und mit dem können wir jetzt folgendes machen. Erstmal, das Ding verbraucht 80F pro Tick. Das heißt, unser Strom wird wahrscheinlich rapide sich entleeren. Wir können aber schon mal zwei Solarium. Einen Zombie-Kopf habe ich schon. Können wir es mal reinklicken. Zwei Redstone. Einen Redstone. Okay. Und das letzte habe ich vergessen. Silicon. Und wer sich jetzt wundert, was das hier ist, das erkläre ich dann gleich. Wir haben das jetzt nämlich Blurort. Achso, wir brauchen noch eine Axt. Ähm. M-m-m. Brauche ich noch eine Schere? Ja. Okay. Und Moment. Oh. Das habe ich vergessen, dass der Ding ja auch noch was braucht. So. Okay. Dann kann das jetzt anfangen. Und zwar. Gibt es einen wunderschönen Block. Und zwar. Die. Den Framing Table. Mit dem können wir nämlich. Äh. Habe ich Kiste irgendwo noch. Da. Äh. Mit dem haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wir einfach. Einen Drawer machen können. Und zwar einen Framed Drawer. Und dann können wir verschiedene Blöcke reinlegen. Zum Beispiel wenn wir jetzt hier oben einen Slot reinlegen. Dann ist der komplette Drawer Stone. Also überall hat er eine Stone Textur. Wenn ich jetzt beispielsweise noch Cobblestone nehme. Können wir hier mit dem Slot. Die äh. Front bearbeiten. Man sieht es auch hier schön in 3D. Also jetzt ist praktisch die Front Cobblestone. Und jetzt könnten wir noch weiter gehen. Und können zum Beispiel auch sagen. Okay wir nehmen Sand. Und packen es hier an die Seite. Und dann haben wir. Sand Ränder. Und das können wir jetzt beliebig vertauschen. Wie immer lustig sind. Und können es damit. Unseren Drawer. Der Träume. Zusammenstellen. Wir können auch ein beliebiges Teil weglassen. Dann wird immer. Diese große Außentextur genommen. An der Stelle was fehlt. Ja. Und das ist. Das Ding. Und da habe ich einfach mal gesagt. Okay wir machen hier einfach. Es ist ein. Clean Stone. Und Basalt. Und ja. Dann passt das so schön dazu. Und dann sieht die Front nicht ganz so. Blöd aus. So. Und zwar. Ich habe. Achso. Und ich habe mir noch ein Golden Becker Folding gemacht. Äh. Da das nämlich. Relativ praktisch ist. Oha. Das wollte ich nicht. Kann ich. Ich kann es. Okay. Das ist doof. Okay. Ich muss aufpassen in meiner Achse. Ich darf keinen Rechtsklick auf den Baum machen. Ich wusste nicht mal, dass ich dadurch Rinde kriege. Kann ich das noch. Hm. Toll. Ich habe Rinde. Ciao. Aber. Okay. So. Oh. Okay. So. Anscheinend hat es doch aufgenommen. Ich bin. Ich bin positiv überrascht. Denn ich hatte jetzt zweimal mein Audioaufnahmeprogramm offen. Und das, was oben war, hat mir nicht angezeigt, dass es aufnimmt. Und da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Äh. Deswegen habe ich kurz die Aufnahme unterbrochen. Aber ich nehme wieder. So. Das Leistungsbehalt ist fertig. Wir haben einen Z-Logic Controller und wir haben eine Farming Station. So. Die verbraucht 40 F pro Tick. Das heißt, zwei normale Generator reichen von der Geschwindigkeit her. Und sie farmt halt dann Holz. Wir können ja auch Baum mehr reinpacken. Wir können die Seiten noch bestimmen, praktisch nach automatischem Input und Output. Äh. Wir können hier auch bestimmte Dinge absperren und können vier Seiten machen. Und zwar haben wir Südwesten, Südosten, Nordwesten und Nordosten. Äh. Und das sind im Endeffekt von diesem Block aus diese Seiten hier. In diese Richtung. Und damit können wir praktisch dann bestimmen, was wohin kommt. Gut. Ähm. Moment. Einmal ist weg. Und dann ist schon wieder Nacht. Ach. Das ist doch wunderbar. Äh. Gut. Sterling Generator habe ich dabei. Item Cornwitz wäre nicht schlecht. Cornwitz. Dass wir mal ein bisschen was machen können. Äh. Schalt mal an. Mensch. So. Achso. Ich kann das ja mittlerweile alles reinlegen. Ich hab da immer ein bisschen. Hallo. Jetzt. Bein Ding. So. Nein. So. Äh. Achso. Mir wurde in die Kommentare geschrieben. Das hab ich vorhin mal getestet. Ähm. Dass man. dann. Aus dem Rezept für die Dinger hier. Wo hier 8 steht. Nicht 8 rausbekommt. Sondern nur 1. Wenn man's upgradet. Ich hab trotzdem 8 rausbekommen. Ich weiß nicht ob das ein Bug ist. Oder ob das so gewollt ist. Aber. Ich bekomme wirklich die 8 raus. Ich hab hier mal einmal gecraftet. Ja. So. Okay. Ähm. Okay. So. Zurück zum eigentlichen. Wir wollten Farming Station. Dafür sollte vielleicht Tag sein. Dann gehen wir mal ins Bett. Dann machen wir das mal schnell. So. Also. Farming Station. Äh. Wir sollten die Conwitz mitnehmen. Dass wir das machen können. Und dann. Sollte eigentlich. Die Baumform schon fertig sein. Dann sollten wir das. Wir machen nur eine Seite. Ich weiß noch nicht ob wir Nordwesten. Nordosten. Oder was weiß ich nehmen. Wenn's nicht reicht. Machen wir noch eine neue dazu. Und dann. Bitte schlafen. Ähm. Danke. So. Und zwar. Moment. Äh. Äh. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar machen wir uns jetzt mal. Mal. Den. Forge Hummer. Und machen wir uns damit mal. 5. Plättchen. 5. Eisenplättchen. So. Achso. Genau. Was ich sagen wollte. Ich hab mir den Back of Olding gemacht. Dafür brauchen wir Magical Wood. Das ist relativ einfach. Kostet 4 XP. Bookshelf und Gold gibt Magical Wood. Das craft man dann noch ein bisschen Goldkisten. Und dann hat man hier nochmal einen schönen kleinen Backpack. So. Jetzt hab ich's falsch reingelegt. So. Haben wir denn noch einen Ofen? Scheint nicht. Okay. Dann. Einmal einen Ofen. Dann Eisen drumherum. Und wir haben einen Iron Furnace. Der hoffentlich reichen wird jetzt. Für das was ich vorhabe. Dann gucken wir mal. Ähm. Ich würde sagen. Ich baue das erstmal kurz woanders hin. Bauen wir es mal hier hoch. Dann haben wir hier ein Skelett. Jetzt gib mir mal einen freien Kopf. Oh. Ja. Renn nur. Renn. Okay. Ich hab einen Creeper Kopf bekommen. Egal. So. Äh. Ich würde sagen. Eigentlich ist hier schon das Beste. Ach komm. Stell sie einfach mal mitten rein. Dann kann die hier schon mal ein bisschen das. Äh. Ballern. Also ich hab die Energy Convert vergessen. Verdammt. Okay. Moment. Haben wir gleich. Äh. So. Einmal ein wenig. Äh. Kühle. So. Äh. Acht. Sollten erstmal reichen hoffe ich. Ähm. Was kann ich denn fuddeln? Was kann ich denn fuddeln? Ah. Brot. So. Einmal mampfen. Gut. Das jetzt mal. Ich hab schon wieder die Energy Convert vergessen. Ich hab nur Kohle geholt. Bin doof. Mann. Konzentration. So. Wir brauchen auch nur die einfachen. Ganz sehr verspätet. So. Also dann. Einmal Strom. Ich mach das mal nach hier hinten. Dann können wir hier mal. Das dann ein bisschen austoben erstmal. Und das dann später noch schöner machen. So. Hälfte da rein. Hälfte da rein. Sollte vom Strom her passen. Hier ist die Brau noch Tools. Also. Einmal. Eine Axt. Wir können glaube ich auch Tinkertools nehmen. Wenn ich mich recht entsinne. Wir brauchen ja eigentlich nur eine Axt. Oder braucht das Ding trotzdem alles. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben mit dem Ding noch nie gearbeitet. Oh Mensch. Sie ist an. Wir haben 40er F pro Tick. Und die verballert es auch konstant. Arbeitet es schon? Nö. Was frisst du die ganze Zeit Strom? Ist das Betriebsspannung oder was? Oh Mensch. Ich kann mir aber nicht anzeigen lassen wie viel jetzt hier drin ist. Äh. Ich glaube das Ding braucht alles. Äh. Jetzt haben wir. Jetzt füllt es sich. Ich weiß. Ich mach mal hier auf Extract. Hier auf Extract. Jetzt sind wir bei 9800. Jetzt haben wir eigentlich die Conduits erst die. Ich hab keine Ahnung. Warum ist hier eine Diamant-Axt? Nein, ist zu. Du bist jetzt nicht eingangs nachgedrückt. da ist eine Axt drinne hab ich mich jetzt verjagt oh Gott, was war denn das jetzt ok also das ist äh kann ich eigentlich das Ding anpacken? nein ok also wir müssen Hilfe Hilfe oh man also wir müssen uns vielleicht noch eine schöne Tinker Axt machen oder einen Madhawk vielleicht sogar dass wir das Ding ordentlich voll ballern mit sehr sehr lang haltenden Tinker Tools das wäre vielleicht gar nicht so schlecht oh Gott, hab ich mich verjagt in dem Moment Flipp und weg sind wir jetzt wenigstens Strom an oder hat das jetzt immer noch diese Stromprobleme? was war denn das? es hat keinen Strom mehr die Farming Station ist ich hab keine Ahnung achso wir haben keine Kohle mehr achso Moment Entschuldigung ich bin immer noch ein bisschen fertig gerade mit den Nerven das war viel zu viel für mich aber wir haben noch sieben Charcoal wir haben noch sieben Charcoal wir haben noch ein bisschen normale Kohle und noch 16 holla die Waldfee achso ich muss ja wieder rechnen wir haben jetzt wieviel Minuten? 13 Minuten ne? oh hab ich mich verjagt so ok jetzt mal ordentlich ähm ach guck mal ne die Lamba-X kann ich trotzdem reinpacken ich konnte es nur nicht austauschen ok ok dann hole ich mal ein Setzlinge und dann packen wir mal alles auf den was ist das? Südosten einmal Setzlinge und dann einmal Südosten wenn ne Lamba-X geht können wir natürlich nochmal ne ordentliche Lamba-X dafür machen äh Südosten klick achso es hat keinen Strom äh und pow aha es funktioniert und wenn wir hier Caperset da reinpacken dann haben wir ne größere Fläche dann glaub ich wenn ich mir recht entsinne ne? so das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Strom jetzt 1 Million AF können da rein ok das ist wienzig ok passt aber ähm ok wir müssen die Items wegkriegen ich würde sagen wir machen ne Keystone ähm Moment äh wir machen das jetzt einfach mal ganz simpel also wir haben hier diesen Furness bob 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 so das Ding hier ist der äh Insert und zwar auf Braun ok ok das Ding hier ist Extract Always Active Braun also was das Ergebnis ist kommt da rein ok das Ding grün ähm so Moment ich weiß halt nicht ob es seitensensitiv ist von daher ööööööh Extract Grün Always Active. Okay. Okay. Also es brennt auch übrigens ein bisschen schneller als ein normaler Ofen. Ein kleines bisschen. Und es hat auch eine flüssigere Animation als dieses. Oder? Hatte ein Firniss. Ich glaube ein Firniss normaler war auch flüssig, nur war zu langsam. So, okay. Wir kriegen Charcoal. Und dann. Müssen wir mal die Generator mal näher anbewegen hier. Frisst das Ding eigentlich unaufhaltsam Power? Auch wenn es jetzt gerade nichts tut. Oh ja, tut es. Okay. Also wir müssen uns unbedingt an bessere Capacitor setzen. So wie es aussieht. Äh, bbbbbbbbb. Machen wir es mal so hier. Ne, manch. Äh, so. 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 und das hier hat dann insert braun priorität minus 1 insert braun minus 1 das heißt wir füllen jetzt das ding komplett auf mit oldschool das ist schon wieder nacht danach sollten wir hoffentlich das alles in strom wandeln können das problem ist wenn das ding richtig dauerhaft frisst dann müssen wir uns ein paar bessere kapacitor machen dann brauchen wir zweimal einen höheren kapacitor einen double layered kapacitor so wenn wir davon zwei was brauchen wir brauchen zwei energetik alloy habe ich davon nur was da ist es aber da habe ich gar nichts hier 1 2 3 4 1 2 3 4 dann kann das schon mal blubbern das ist irgendwie wieder ein zombie wunderbar ok ein baum ist gewachsen wir haben keinen strom ein bisschen arbeiten kannst wir haben 40 reicht das zum baum fällen hat das intern noch einen speicher oder was machst du das also wir müssen hier auch noch sagen hier äh push a push a push a push a pull mensch push pull so damit wir dann auch die seats hier wieder reinlegen und die kann man mal zu machen dass er da keine seats rein kriegt mhm ich habe ein bisschen angst im moment ähm extract das kann man mal disablen und dann sagen wir hier mal insert okay das hat anscheinend einmal gereicht okay wir kriegen einen haufen zusätzliches zeug was doof ist aber wir haben holz das ist hier drinnen wunderbar okay das hier könnte man theoretisch auch disablen wobei wir dann hier auch ne können wir nicht äh das problem ist wenn ich jetzt hier auch braun extract dann landet das auch mit hier drinnen und das möchte ich nicht weil es kann sein dass wir out of charcoal gehen äh aber sehr wahrscheinlich äh hat er sich den nimmt er sich seats ja ok nimmt sich seats so jetzt sammelt er wieder zehn jahre strom und dann auf einen schlag wieder den baum zu bauen und mich total zu verschrecken extract und extract keine ahnung ob es was bringt aber man weiß ja nie dann gucken wir nochmal ob wir die double layout machen können und dann sind wir eigentlich so weit fertig mit der farm station wieder selbst erhalten weil dann dürfen wir auch mehr strom theoretisch machen eine kohle gleich mal hier rein ok wir brauchen basic kapacitor also vier basic kapacitor so und dann das hier energetic alloy hier coal dust einen hab ich noch irgendwo oder hier ok double layout kapacitor und du kannst erstmal wieder aus wir müssen Strom sparen die fähren wir eigentlich noch fünf millionen hier ist noch ein bisschen was drinnen hier nicht ok ok so dann kriegen wir jetzt erstmal mehr strom durch die kapacitor äh durch die kapacitor durch die sterben generator 40 f pro dick 40 f pro dick wir sollten ansammeln yes ok ok er arbeitet wunderbar wir kriegen aber viel zu viel zeug ok also wir bräuchten äh ich bin noch hängen geblieben wir bräuchten wieviel draw bräuchten wir dafür wir bräuchten eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht draw acht draw das heißt wir packen hier im endeffekt einen draw controller hin ähm damit die farming station auf alles zugreifen kann und sich die seeds dann auch wieder rausnehmen kann äh rausnehmen kann so hier unten haben wir schon 32 mittlerweile wunderbar das ist schon fast leer das ist äh nicht so wunderbar packen wir hier nochmal ein bisschen Kohle rein dass es so ein bisschen hält ich bin mir noch unsicher ob ich zwei machen will können wir hier eigentlich round robben ja haben wir noch einen zweiten iron furnace das problem ist wir müssen dann zwei stacks Kohle erstmal erzeugen ich meine wir sammeln erstmal energie an das ist schon mal ganz gut schon mal ganz gut ich hole mal meine watering can dann beschleunigen wir das mal ganz kurz und ja und noch ein bisschen holz das könnten wir eigentlich Moment ich mach einmal hier einen halben stack holz nochmal rein dann haben wir noch ein bisschen mehr holzkohle und dann können wir nämlich den iron furnace noch ein bisschen hoch ballern so äh hol ich hier rein so dann füllt sich das noch ein bisschen auf wunderbar äh war drink ok hat nicht alles eingesammelt oder das ist noch von vorhin kann noch von vorhin sein egal ok schon sollte genug haben flup weg ist er wunderbar droppt irgendwas das müssen wir jetzt erstmal beobachten ob noch irgendwas runter fliegt oder nicht huch ja tut es tut es ich häng fest mach hin danke ok er droppt er droppt zeug das sollte er nicht tun das ist das ist sehr doof es kommt einfach zu viel aus diesen Dinger raus ok ich meine wir können es einsammeln mit einer hopper hock theoretisch bräuchten wir der farming station hier gar nichts zu geben wir können das komplette inventar äh auch mit irgendwas zumüllen und es nie raus nehmen äh und machen dann einfach eine hopper hock oder irgend sowas um den Rest einsammeln ok machen wir mal einen Drawer Controller das Ding ist auch schon wunderbar jetzt sind wir bei der Hälfte also wir brauchen einen Drawer Controller wir brauchen noch ein paar normale Draw die müsste ich noch haben Basic Draw Compacting Draw wo brauchen wir nicht oder brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir glaube ich nicht so ok ähm Draw Controller ok wir haben fast alles außer das hier ich meine ich zwei, drei eins, zwei, drei und hier auch nochmal sechs so oder schwupp zweimal gecraftet und dann Drawer Controller ich mach's jetzt mal mit so einem Basic Draw ist mir jetzt egal kostet nicht zu viel wir haben so viel Holz kommt's auf das bisschen auch nicht mehr an hüpf hüpf ok dann können wir die Kiste dann schon mal ersetzen ich bin auch unsicher bin wie ich das machen will dass es auch halbwegs vernünftig aussieht ich glaube wir machen es mal so rum dass wir ähm was praktisch hier das selbsterhaltende ist auf die Seite bauen ähm insert brown resultiert null ok äh und dann machen wir hier nämlich äh insert green insert green insert green extract always active green ok ok dann können wir den nicht einfach hier zur Seite bauen das ist ein bisschen schöner das disablen wir das ist der Holz drin ich wusste es so ok äh mal nehmen wir ein bisschen Platz gehen wir einfach eine Ebene tiefer ist mir jetzt egal so ich könnte das mit der großen Schaufel machen so alle klärchen wie viel so was brauche ich jetzt äh okay probieren wir es so äh 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 draw controller so ähm disabled holz äh äh nicht kisten branches branches sticks äpfel setzlinge das zeug das zeug das zeug das zeug das zeug das zeug wofür habe ich jetzt die letzten Slots gemacht hab ich mich verzählt so ich hoffe er kann da überhaupt alles so reinpacken oh wir haben keine Axt mehr haben wir X output puh ok wir haben nicht allzu viel eingesammelt aber er packt wahrscheinlich alles hier in diese sechs Slots bevor er zum nächsten geht ist natürlich doof wenn er durch die Bäume jagt dann kriegt er natürlich wie gesagt wir haben hier so viele Drawers schon stehen mehr sechs sieben acht neun zehn zehn Drawers haben wir stehen also zehn verschiedene Dinge kriegen wir aus so einem Baum raus optimal ist es nicht optimal ist definitiv nicht ich möchte aber jetzt nicht meine Lambe X da drin müssen meine Lambe X ach da gibt gar kein Licht aus der Iron Furnace sehe ich gerade ja toll so machen wir einmal diesen hier okay dann gehen wir einmal schlafen dann haben wir eigentlich Baumform ist fertig ist selbst erhalten wir müssen halt nur mal gucken wir müssen halt nur mal gucken äh dass wir den Strom dann noch rüber kriegen dimensional transceiver ist ein bisschen zu viel sonst kann ich hä wo hä 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 was egal 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 ich frag nicht nach ähm ähm äh so ähm ähm purple sagt immer bitte toll kameraden kameraden okay wir sind out of kohle in einem wir produzieren aber genauso viel Strom trotzdem noch mit einem weiter das ist oh jetzt kriegen wir übrigens kohle ab jetzt kriegen die Dinger kohle rein das heißt der erste kriegt kohle das heißt wir packen alles in den zweiten wenn wir zu lange der erste brennt der zweite noch und wir sollten hier auch noch Charcoal haben okay ich glaube Moment das muss ich gerade überlegen ähm ja wir wir laufen ja nicht mit Charcoal über es ist halt nur die Sache wir müssen sicherstellen dass in der Zeit wo das Ding zwei Charcoal macht muss hier äh aber er nimmt kein Oku draus können wir nur von oben da reinpacken ich glaube es ist seitensensitiv das ist doch schon wieder bescheuert ja okay wir verschieben schon äh so dann packen wir einfach mal drei nochmal oben drauf eins zwei drei party da ach oh Mensch höh 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 genau das einfach so ist egal So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Er muss eh weg. Er kommt dann in die letzte Ecke noch. So. Okay. Und dann muss jetzt hier doch die Konrad hin. Toll. Gut, dass wir das gemacht haben. Extract OS Active. Insert. Disabled. Und Disabled. Okay, das muss ich nochmal umbauen. Das gefällt mir nicht. Okay, wir benutzen jetzt das Holz. Winzen etwas. Okay. Und wir sammeln hier ordentlich Kohle an. Das Ding füllt sich. Wir produzieren mehr Strom, als wir brauchen. Jetzt müssen nur noch die Bäume schnell genug wachsen. Und ich muss mir das mit den Drawern einfallen lassen. Vielleicht lassen wir sie drunter setzen. Dass die Drawer hier unten drunter stehen. Und wir für das Ding hier nur an den Holz-Drawer gehen. Dass wir eine direkte Konrad an den Holz-Drawer vielleicht machen. Und dann damit von unten rausziehen. Und praktisch das Ding noch weiter nach unten stehen haben. Dass wir vielleicht hier drunter einen Raum ausheben. So einen kleinen Maschinenraum dafür. Irgendwas müssen wir da noch machen. Aber die Folge ist leider zu Ende. Das funktioniert schon mal besser. Octadict wäre natürlich noch wünschenswert. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen zu viel. Biondalloy. Ups, nein. Na gut, Enderpan haben wir teilweise. Mal schauen. Keine Axt. Stimmt, da war was. Diamant-Axt wird auch zu schnell kaputt gehen, wette ich. Okay, dann werde ich nochmal Oskine-Tinker-Tool machen. Dass wir eine schöne Axt haben. Wahrscheinlich Stahl. Ich denke, es wird Stahl werden. Und dann machen wir uns eine schöne Stahl-Axt dahin. Die dann hoffentlich sehr lange hält. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob die Tools dann auch kaputt gehen können. In dem Ding. Oder ob die dann auch nur komplett gedamaged sind, und ich die dann einfach reparieren kann. Ups, nein. Was da? Output-Full. Hat er den... Ah, ich glaube, der Output war diesmal nicht für Holz möglich. Deswegen hat er... Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wichtig ist eigentlich nur eins. Wir müssen mehr Holz generieren, als wir verballern. Das ist eigentlich unser einziger Balance-Faktor. Da werde ich dann mal ein bisschen gucken, dass wir das hinkriegen. Sieht ja hier eigentlich schon ganz gut aus. Wir sammeln auf jeden Fall mehr Charcoal, als wir hier verballern. Also wir produzieren... Zwei Charcoal in der Zeit, wo wir hier eine verbrennen. Äh, wo wir hier zwei verbrennen, so rum. Remaining. Okay. Das ist cool, dass man es so sieht. Egal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich probiere noch ein bisschen rum. Mach nur eine schöne Axt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich habe mich jetzt schon wieder zehnmal falsch geschrieben. Tschüss. Mensch. Ich lerne es nie. Ciao.